Seit über einem Jahr scheint es innerhalb der SPÖ keinen Konsens mehr zu geben. Weder in der personellen noch in der inhaltlichen Debatte ist sich die ehemalige Kanzlerpartei einig. Noch vor der Nationalratswahl wurde bekannt, dass die zweite Nationalratspräsidentin Doris Burres nicht mit allen Wahlkampfinhalten einverstanden war. Nun schießt PR-Berater und SPÖ-Mitglied Rudi Fussi gegen die 62-Jährige. Er kritisiert die angekündigte Wahl von Doris Burres zur dritten Nationalratspräsidentin und legt ihr via Aussendung den Rücktritt nahe. Scharfe Worte kommen auch aus dem Burgenland. Hans-Peter Toskozil wirft SPÖ-Chef Andreas Babler vor, momentan 0% Selbstreflexion zu haben. Der Zustand der Partei sei noch erbärmlicher als der Zustand der Republik. PR-Berater und SPÖ-Mitglied Rudolf Fussi hat spätestens seit der Nationalratswahl kaum nette Worte für die Sozialdemokratische Partei übrig. Weil das Land neue Rote brauche, hat Fussi angekündigt, neuer SPÖ-Chef werden zu wollen, um die Partei von Grund auf zu erneuern. Auch nach der Bekanntgabe der Kandidatur hält sich der PR-Berater nicht mit persönlichen und parteiinternen Angriffen zurück. Am Dienstag kritisierte Fussi die angekündigte Wahl von Doris Burres zur dritten Nationalratspräsidentin und legt ihr Wir-Aussendung den Rücktritt nahe. Wenn eine heimliche Parteichefin eine unheimliche Serie an Wahlniederlagen mit zu verantworten habe, könne es dafür keine Belohnung geben. So Fussi. Doris Burres müsse ihr Scheitern bekennen und den Weg freimachen. Burres müsse zudem zur Verantwortung stehen. Der SPÖ-Klub könne bei der konstituierenden Sitzung des Nationalrates Burres nicht zur Nationalratspräsidentin für die neue Legislaturperiode wählen. So der 46-Jährige. Rudi Fussi hat Anfang Oktober angekündigt, für den SPÖ-Vorsitz kandidieren zu wollen. Dabei kandidiere er aber nicht gegen den derzeitigen Parteichef Andreas Babler, den er als großen Sozialdemokraten bezeichnete, bei allen Fehlern, die er gemacht habe. Sondern er kandidiere für den Vorsitz der SPÖ, um diese von Grund auf zu erneuern, so Fussi, der schon im Vorjahr mit einer Kandidatur geliebäugelt hat. Auch aus dem Burgenland hagelt es immer wieder Kritik. SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil spricht von einer nullprozentigen Selbstreflexion bezüglich der Vorgehensweise der beiden Wahlverlierer ÖVP und SPÖ. Mit dem schlechtesten Wahlergebnis in der Zweiten Republik sei man doch nicht dazu aufgerufen, um eine Regierung mitzugestalten, meint der 54-Jährige.